Hallo Zoo-Freunde, hier ist wieder eure Katharina, heute wieder aus dem Nashornhaus. Und zwar mit Neuigkeiten. Wir haben bei unseren kleinsten Raubtieren im Zoo Nachwuchs. Unsere Zwergmangusten haben vor etwa fünf Wochen vier kleine Jungtiere geboren. Die Zwergmangusten sind hier bei uns im Zoo die kleinsten Raubtiere, kommen eben aus Afrika. Auf ihrem Speiseplan stehen kleine Mäuse, Eidechsen, auch Insekten. Und momentan kriegen sie bei uns natürlich auch ein bisschen mehr, damit sie die Jungtiere gut versorgen können. Und wenn ihr vorbeikommen wollt hier in den Zoo, ins Nashornhaus, dann freuen sich die Jungtiere und auch ich auf euren Besuch. Dankeschön.